Dann wollte ich, dass Sie noch mal ganz kurz schildern, diese für mich ja immer noch verrückte Situation, dass Sie als große Verräterin, als sehr groß Bestrafte, plötzlich sozusagen, Sie sagten schon die Doppelarbeit, knüpfen Sie Teppiche mit Ernst Theemann sozusagen, dass Sie uns mal ganz kurz erzählen, diese verrückte Situation eigentlich. Ja, eines Tages kamen Sie plötzlich mit einer Zeichnung und haben gesagt, ich soll Ihnen einen Wandteppich knüpfen von Ernst Theemann, Porträt. Und da habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich kann Ihnen das zeichnen oder malen, wenn Sie mir eine Vorlage geben, aber einen Teppich knüpfen. Ja, probieren Sie es und wenn eine Kuh draus wird, ist es egal, aber probieren Sie es. Da habe ich mich ein halbes Jahr geweigert, weil ich Angst hatte. Und dann haben Sie gesagt, wenn Sie sich weigern, werden Sie einen neuen Prozess kriegen, Arbeitsverweigerung und dann kriegen Sie mal noch eben so drei Jährchen drauf. Und dann habe ich ganz schnell angefangen zu knüpfen, bekam von dem Dr. ***, der dortige Arzt, der war später Mielke Gutachter, dass der haftunfähig ist, das ist auch ein Skandal, der war bei uns der Chefarzt, bekam ich aus seinem Arbeitsraum einen Theemann, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Danach habe ich auf Stoff eine Zeichnung übertragen, 1,50 Meter groß. Das war ein Bild, etwa 30 mal 40 Zentimeter. Dann habe ich Wolle bestellt, natürlich in Unmengen, weil ich nicht wusste, wie viel ich brauche. Dann gelang mir der Theemann. Dann habe ich aber Gott sei Dank in das Jackett meine Initialen eingeknüpft, E, T und die Jahreszahl. Und von hinten wurde der Teppich dann mit Latex eingestrichen, sodass man die Knoten nicht mehr lösen kann. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel Achtung mir geholt bei dem Personal und glaubte, wenn mir das gelingt, bekomme ich den Entlassungsschein. Das war eigentlich mein Ziel, weshalb ich es dann doch geschafft habe und mir Mühe gegeben habe. Ja, und das Ziel war nicht erreicht. Im Gegenteil, sie wollten dann vier solcher Theemanns haben. Sie kamen dann mit einem noch größeren, zweimal drei Meter großen Wandteppich, Treptower Ehrenmahl. Der Theemann soll, das habe ich durch einen Offizier erfahren, sollte damals bei einem Minister im Arbeitsbüro gehangen haben, als Geschenk. Und es hieß, der hätte gesagt, der Theemann sei einen Nationalpreis wert. Das hat er mir erzählt, der Offizier. Das war aber ein Anständiger unter den Hygien da. Und dann habe ich gesagt, ich brauche keinen Nationalpreis, ich möchte den Entlassungsschein. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es an mir läge, aber ich kann das nicht beeinflussen. Und das nächste war dann dieses Treptower Ehrenmahl, wieder ein politisches, politischer Inhalt. Ja, und der war zweimal drei Meter groß. Und da habe ich dann schon ein bisschen jonglieren können. Da habe ich gesagt, ein Sowjetstern, fünf Stern sollte im Hintergrund. Da habe ich gesagt, ja, da brauche ich einen Zirkel, da brauche ich ein Winkelmesser, um das zu berechnen. Die Formel kenne ich nicht mehr. In der Schulzeit haben wir das zwar mal berechnet, aber das weiß ich nicht mehr. Ich konnte in der Bibliothek mir ein Mathebuch holen mit der Formel. Ich bekam so einen riesen Zirkel. Ich bekam einen riesen Winkelmesser. Ich bekam eine Leiter und eine Aufhängung, wo ich diese drei Meter Stoff da festmachen konnte und zeichnen. Eine Wiegnette, eine Zeitungswiegnette von, weiß ich, zweimal vier Zentimeter haben sie mir für einen drei Meter großen Wandteppich gegeben. Da habe ich gesagt, ich brauche ein Foto von dem Ehrenmal. Und dann haben sie das gebracht, zwölf Zentimeter groß, weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich den Teppich geknüpft. Und dann gelang der, auch bei dem habe ich ET eingeknüpft und die Jahreszahl. Also einmal 74 und bei dem 75. Und auch das war wieder gelungen. Und auch dann wollten sie wieder große. Da musste ich dann den Polizeistern drei Meter groß knüpfen und noch in kleineren Ausführungen auch. Also sie kamen mit immer, immer verrückteren Forderungen. Und es gelang. Und ich musste andere anlernen, die dann mitarbeiteten an diesen Teppichen. Ich machte die Feinheiten, die schwierigen Sachen. Und dann drumherum, wenn da moosgrüner Grund war, das haben dann die anderen gemacht. Und bei dem Treptower Ehrenmal, kurz nach meiner Entlassung, gab mir meine Mama in Berlin eine Zeitungsnotiz. Da stand drin, dass die DDR-Regierung anlässlich eines Besuches in der Sowjetunion in Kasachstan als Gastgeschenk ein Treptower Ehrenmal, einen Wandteppich, übergeben hatte. Ich denke mal, dass das meiner war.